Ja, Moin. Es ist jetzt 20.07 Uhr. Wir sind auf dem Weg zur S-Bahn. Volle Motivation, wir haben Spaß, wir haben Bock. Wir freuen uns riesig, wir sind motiviert wie in den letzten Tagen. Meine Mannschaft ist da, die S-Bahn kommt, wir müssen starten. Let's go! Ich wünschte, es wäre morgen oder heute noch nicht vorbei und ich könnte noch länger bleiben. Schöne Momente und Emotionen erzeugen. Und das zusammen mit meinen Kollegen zu teilen und da Paar zu sein, ist großartig. Wir scannen sie ein und die netten Kollegen bringen sie dann zu den Spielfeldern. Oh, da kommst du den nächsten, ich muss weitermachen. Die Profis sollten mal hier mal Volonteur machen und dann wissen sie, wie es läuft, richtiger Sport. Die Deutsche Telekom präsentiert hier nicht nur das Fußballspiel nebenan, sondern auch Futsal, das ist etwas anders. Das Feld ist kleiner, es sind weniger Spieler, es ist etwas langsamer, der Ball ist etwas kleiner. Die Stimmung bei Futsal ist wunderbar. Mega Stimmung und die Spieler, die haben sich super gefreut. Man sieht, dass die Sportler richtig Spaß haben und die stecken dann an. Ich bin der Balljunge hier, heute auf Platz 3 und es macht Spaß. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse auf der Line mit erscheinen. Wir haben alle einen Schrittezähler dabei gehabt, mein Schnitt war in den letzten Tagen über 20.000. Gut drauf, die Balljungs von der Telekom und natürlich auch die Mädels. Als ehemaliger Mitarbeiter kann ich mich darüber nur freuen. Wir haben richtig Spaß hier, wir sind mit ganz vielen Leuten aus allen Bereichen zusammen. Ja, ja, ich habe auch schon ein paar Fußballtipps gegeben. Also meine Kollegen haben ja gar keine Ahnung von Fußball, deswegen sind die auf meine Tipps angewiesen. Einfach so emotionale Momente, die sind unglaublich. Ich finde das ganz toll, dass die Telekom uns das so ermöglicht hat, dass wir hier teilnehmen. Liebe Telekom, danke, dass wir das auch machen durften. Vielen Dank. Richtig cool, richtig international und macht echt Bock. Richtig cool, richtig cool, richtig cool, richtig cool.